Hallo und herzlich willkommen Leute! Willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um die sogenannten Zurückspulgranaten oder im Englischen Rewind Grenades. Ja, ich habe hier gestern eine 100 auf Rave in the Redwoods gespielt und mehrere Leute im Chat haben mich darauf hingewiesen, dass ich doch die Rewind Grenades benutzen soll. Und ja, heute habe ich mal nachgeguckt, was genau das ist. Es ist richtig easy und es hilft euch wirklich sehr, wenn ihr eine höhere Runde auf der Map erspielt, weil ihr immer wieder eure Munition aufgefüllt bekommt. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist, wenn ihr aus Spawn rausgeht, ist unten so ein kleines Bärenschild und dort steht, halten um die Zurückspul-Herausforderung zu beginnen. Macht das einfach und dann müsst ihr 15 Zombies im Nahkampf töten. Das ist in den Early Runs richtig einfach und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr dorthin zurückgehen und die Granaten aufnehmen. Hier jetzt seht ihr unten rechts, neben den normalen Granaten, habt ihr jetzt ein kleines Zurückspul-Symbol. Ihr könnt eben diese Granate als taktische Granate verwenden, so wie ihr zum Beispiel das Würstchen da drin habt, wenn ihr die Armbrust macht. Wenn ihr das verwendet, werdet ihr ein paar Sekunden zurückgespult an die Position, an der ihr zuvor gestanden habt und bekommt aber gleichzeitig das, was eigentlich wichtig ist, eure Munition wieder aufgefüllt. Leider geht es nicht jede Runde, aber alle zwei Runden könnt ihr dorthin zurückgehen und euch eine neue Granate umsonst aufnehmen. Also wenn ihr jetzt auf höhere Runden spielt und Munitionsprobleme habt, ist es eine richtig gute Lösung, um einfach wieder Munition zu bekommen. Denn ihr habt zum Beispiel ja auch das Rad, um maximale Munition zu bekommen, aber sechs Monate in den Kopf zu treffen, das kann leicht passieren, dass das dann einfach nicht passiert, also dass ihr das nicht schafft. Und dementsprechend sind diese Granaten richtig von Vorteil. Auf Zombies in Spaceland gibt es die ja auch, die könnt ihr für Tickets kaufen, aber da man dort für High Run Strides ja eigentlich die Krokodilfalle benutzt, ist es eher unwichtig dort. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich euch dazu sagen wollte. Vielen lieben Dank fürs Gucken meiner Videos, Leute, und wir sehen uns dann im nächsten Video.